Hallo zusammen, ich sitze hier gerade auf unserer Testmatte, die uns von BEMA gestellt wurde. Und bei der Gelegenheit wollte ich euch mal kurz erklären, worum es hier überhaupt geht und warum wir uns diese Matte anschaffen möchten. Und zwar BEMA benutzt ein gepulstes elektromagnetisches Feld, was uns ein biorhythmisches Signal weitergibt. Es klingt erstmal hochwissenschaftlich, ist es aber eigentlich nicht, denn es dient zur Stimulation unserer eingeschränkten Mikrozirkulation. Unser ganzer Körper besteht aus Mikrozirkulation und durch dieses Signal, was weitergegeben wird, wird dieses sozusagen frei. Das heißt, die Mikrozirkulation wird offen gehalten, damit die Zufuhr und Abgabe von Sauerstoff und Nährstoffen wirklich in jede Zelle gelingen kann. Der Vorteil für uns Sportler ist, dass der Muskel besser regeneriert und wir schneller wieder einsatzfähiger sind und dabei unseres Verletzungsrisiko minimieren. Das heißt, die Zufuhr und Nährstoffen wirklich in die Zelle gelingen kann.